Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem neuen Video mit mir, Oliver, zum Thema Raid Shadow Legends. Und bei dieser 24-Stunden-Account-Übernahme haben wir, glaube ich, ein neues Clan-Boss-Unkillable-Team erfunden. Ich nenne es den fetten Doppel-Venus-Tower. Und warum das so ist und wie wir überhaupt darauf gekommen sind, das erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Das Lustige ist, das Ziel der 24-Stunden-Account-Übernahme war eigentlich ein ganz anderes. Und zwar ging es um einen Roskart, der Tower-Unkillable-Team, wo der Stun nicht richtig lief. Und ich sollte mir das mal angucken und schauen, warum das so ist, was hier genau passiert, warum dieser Stun halt falsch verteilt wird. Und natürlich noch den Schaden optimieren und vielleicht noch das ein oder andere neue Mitglied einbauen in dieses Team, falls es mehr Schaden bringt. Denn es gab einen fetten Farrakhin und der sollte da auch mal getestet werden. Und da habe ich gesagt, okay, wir schauen mal, woran das mit dem Stun liegt, bauen den fetten Farrakhin noch auf und bringen den auch noch in das Team mit rein. Und schauen mal, wie sich dann der Schaden da natürlich entwickelt. Und um das zu wissen, müssen wir natürlich auch mal schauen, wie war denn eigentlich jetzt der Ursprungsschaden. Das ist das Ergebnis meines allerersten Ultra-Albtraum-Runs mit dem Roskart der Turm-Unkillable-Team. Man muss auch dazu sagen, wie gesagt, Schädelschmetterer, das Thema war noch, warum kann es passieren, dass der Schädelschmetterer eigentlich ja das Stun-Ziel sein soll, aber tatsächlich dann nicht gestunnt wird, sondern jemand anders plötzlich als Stun-Ziel auserkoren wird. Und warum das so war, da kommen wir natürlich auch gleich nachher nochmal drauf. Dann bin ich erstmal wirklich auf den Account gegangen, habe mir wieder alles angeschaut, was die Champions, die es dort gibt, so anbelangt. Wen haben wir, wen könnten wir sonst noch mit einbauen? Wie sind jetzt die einzelnen Werte dieser Champions? Also man sieht, das Roskart-Team war ja schon von den Geschwindigkeiten und so weiter darauf abgestimmt, war alles schon so weit angepasst, musste ich eigentlich gar nicht mehr so viel machen, sondern da wäre es jetzt nur noch die Aufgabe gewesen, die einzelnen Leute vielleicht vom Schaden her ein klein wenig zu optimieren. Wir haben Grablord drin gehabt, Roskart der Turm, Venus war auch noch mit dabei, Schädelschmetterer natürlich, das ist ja logisch, den brauchen wir für das Unkillable-Team dann, oder beziehungsweise ihn oder jemand anders. Zagala hatten wir auch noch mit dabei. Da war natürlich die Frage, brauchen wir vielleicht Zagala gar nicht? Kann man die vielleicht irgendwie anderweitig noch ersetzen? Oder können wir Grablord ersetzen? Das waren so zwei, wo man sagen konnte, hier haben wir vielleicht bessere Alternativen, die wir mal ausprobieren konnten. Aber die Frage war natürlich, woran liegt es, dass der Stun eben nicht richtig kommt oder dass jemand anders gestunnt wird? Von den Skills und den Werten her sah es eigentlich alles ziemlich gut aus. Ich habe auch ein paar kleine Änderungen noch gemacht gehabt, noch ein bisschen mehr Heilung mit reingebracht bei Schädelschmetterer, dann später in den Skills, habe den auch, glaube ich, ein- oder zweimal umgeskillt, um ein bisschen was zu testen. Hatte mir auch Rasin nochmal angeguckt und habe mir natürlich auch den fetten Farrakhin vorgenommen, weil der sollte ja auch ins Team dann mal zu Testzwecken mit eingebaut werden, um zu schauen, was macht der eigentlich dann für einen Schaden. Dann bin ich beim fetten Farrakhin erstmal rein, habe ihm seine Skills zu Ende verteilt mit den Schriftrollen, so dass er eben auch in das Clan-Boss-Team reingebaut werden konnte. Da gab es jetzt nicht so viel zu beachten, muss man dazu sagen, kann man verschiedene Skillungen natürlich benutzen. Unterstützung und Offensive würde sich wahrscheinlich anbieten, man kann aber auch Defensive und Offensive machen, kommt immer darauf an, wo man den fetten noch woanders einsetzen möchte, vielleicht im Doom-Tower oder so. Genauigkeit kann natürlich auch nicht schaden, aber wenn man genug Genauigkeit trifft, dann brauchen wir auch nicht unbedingt den Unterstützungs-Skill-Baum, aber es hilft natürlich beim Clan-Boss genug Genauigkeit zu bekommen, dann kann man sich auch manchmal auf die anderen Werte ein bisschen mehr konzentrieren. Danach ging es dann noch ums Ausrüsten des fetten Farrakhin und hier gab es jetzt so zwei Sachen, wo man mal gesagt hat, die könnten wir vielleicht mal ausprobieren. Also es gibt die Möglichkeit, Unkillable-Teams mit Relentless-Set zu spielen, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Da hätten wir dann wahrscheinlich auch Sucher noch mit gebraucht nachher. Den Sucher hatten wir aber auf jeden Fall auch mit da. Das heißt, hier wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Ihr seht, Bücher sind jetzt noch nicht direkt beim fetten Farrakhin drin gewesen. Von daher habe ich gesagt, okay, wir können ja erstmal ein Relentless-Set benutzen. Ich baue das so weit auf, dass wir sozusagen alle Teile vom Relentless-Set haben, mit passenden Geschwindigkeiten, Angriff, Crit-Quote, Crit-Damage. Habe mir das eben alles rausgesucht. Habe das nochmal versucht, dann entsprechend zu leveln. Habe das über die Ankleide-Funktion dann auch versucht zu machen. Habe geguckt, dass wir hier die Geschwindigkeit oder die Genauigkeit bei den einzelnen Artefakten treffen. Und hatte es dann auch so weit, dass ich wirklich nur noch ein Teil austauschen musste. Damit entweder man Relentless anschalten konnte oder abschalten konnte. Das heißt also, fetten Farrakhin kann ich entweder in Relentless spielen, indem ich nur den Helm austausche. Oder ich kann eben sagen, ich will diesen Set-Bonus von Relentless nicht und nehme den Helm wieder raus. Ja, tatsächlich so, dass die Werte auch für ihn gut gepasst haben. Egal, ob ich jetzt Relentless spiele oder nicht. Hier kann man es dann ganz gut sehen. Ich habe jetzt gar nicht so großen Wert auf die LP und die Defensiven gelegt. Hatte mal geguckt, dass wir einigermaßen ein bisschen auf einen Angriff kommen. Ihr seht, die Sachen sind ja noch nicht hundertprozentig gelevelt gewesen. Habe geguckt, dass wir auf die Geschwindigkeit für das Clan-Boss-Team kommen. Weil man braucht ja andere Geschwindigkeiten beim Unkillable-Team. Das ist ja nicht so wie bei einem Counter-Attack-Team oder einem Speed-Team. Da muss man ja Geschwindigkeiten relativ ähnlich behalten, wie sie sein sollen und darf nicht zu viel dran rumschrauben. Von daher muss man halt wirklich gucken, dass man auf diese bestimmte Geschwindigkeit, zum Beispiel 164, 165 oder sowas kommt. Je nachdem, ist es jetzt ein Slowboy, ist es jetzt einer von den anderen, ist es jetzt DPS-Champion oder sowas. Da muss man eben aufpassen, ob man draufkommt oder nicht draufkommt. Und das sollte dann natürlich entsprechend auch so beibehalten werden. So, jetzt habe ich eben schon ein bisschen was verteilt gehabt und habe jetzt ihn erstmal von den Geschwindigkeiten so weit gehabt, dass wir ihn sozusagen damit testen konnten. Das heißt also, der Angriff ist jetzt noch nicht so, wie er vielleicht dann später mal sein kann und so weiter. Hauptsache die Geschwindigkeiten passten und die Genauigkeiten passten. Deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt können wir ihn erstmal beim Clan-Boss testen. Und wie man vielleicht gerade eben noch gesehen hat, haben wir eben dieses eine Relentless-Teil wieder rausgenommen, den Helm. Ja, und wenn ich den Helm jetzt wieder reingetan hätte, statt diesem Genauigkeitshelm, den ich hier habe, hätte ich ihn auch im Relentless-Set spielen können. So, und dann kommt meistens erstmal der Moment der Wahrheit. Wenn man das allererste Mal so ein Team nimmt und testet und sagt, jetzt habe ich hier irgendwas gemacht und baue gerade einen neuen Charakter ein oder habe an dem Equipment irgendetwas geändert, bitte liebes Unkillable Team, lass den Stun auf den richtigen gehen. Deswegen habe ich auch Schädelschmetterer vorsichtshalber mal in den Lead gesetzt, weil der ja das bevorzugte Stun-Ziel ist. Dann muss ich das Ganze natürlich noch ein bisschen aufsetzen. Das heißt, ein bisschen manuell spielen muss man natürlich erstmal am Anfang. Und einfach darauf hoffen, dass der fette Fahrerkin jetzt nicht irgendetwas mit seinem verbündeten Angriff durcheinander bringt. Also habe ich erstmal geguckt, dass wir wirklich alles soweit aufsetzen, ohne viel hoffentlich durcheinander zu bringen. Und dann natürlich kann man immer Auto-Modus drücken, wenn es dann soweit ist. So, hier nähern wir uns dann schon der letzten Runde. Das heißt, mit dem Stun hat jetzt erstmal alles soweit gepasst. Auch wenn es manchmal eben nicht passte. Sozusagen die erste Fett-Wienes-Tower-Kombo. Aber wir kommen noch zu der anderen Kombo, auf die wir dann später durch Glück natürlich noch gestoßen sind. Und zeige dann da, was wir dann noch für den Unterschied gemacht haben. Aber ihr seht es schon, bereits jetzt haben wir einen viel besseren Schaden als vorher mit dem anderen Team. Kommt durch den verbündeten Angriff natürlich noch mit dazu. Und der Einzige, der natürlich hier gestunt wird, ist ja immer unser gute Art der Schädelschmetterer. Das heißt, selbst wenn der verbündeten Angriff kommt, während er gestunt ist, machen die anderen ja trotzdem noch Schaden, außer fette Fahrerkin und Schädelschmetterer. Und wenn man Glück hat, kommt der verbündeten Angriff eben auch dann, wenn gerade kein Stunt drauf ist. Dann greift auch Schädelschmetterer mit an und man macht generell sowieso noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, und wie man sehen kann, wir sind jetzt schon bei mindestens 5 Millionen Schaden mehr, die wir gemacht haben. Also es hat definitiv was geholfen, ihn mit einzubauen. Und wir sind dann auch hier Richtung 2-Key-Team gekommen. Vorher war es ja eher 3-Key, jetzt 2-Key an Killable und mit ein paar Anpassungen, was die Angriffskraft und so weiter der einzelnen Champions betrifft oder vielleicht noch Crit-Quoten, Anpassungen und so weiter. Da wären wir sicherlich noch ein bisschen weitergekommen mit dem Schaden. Hätten also ein ziemlich sicheres 2-Key-Team dann gehabt. Jetzt sieht man ja, sind wir relativ knapp am 2-Key-Team. Nicht ganz 2-Key momentan mit 33 Millionen, sondern man müsste ja jetzt 35 Millionen haben. Aber wir waren relativ nah dran und das hätte jetzt nicht so viel Umbauarbeiten benötigt, wie man vielleicht vermuten würde, sondern es wäre wirklich Anpassungen am Angriff und so weiter gewesen, wo man gesagt hätte, okay, da muss ich jetzt vielleicht noch das ein oder andere Mal ein bisschen schrauben und dann schaffen wir auch die 35 Millionen oder beziehungsweise 36 Millionen. Wäre natürlich dann angepeilt gewesen, ein bisschen mehr zum Schaffen, 36, 37 Millionen, damit es immer sicher 2-Key wird. Aber das hat man an den Werten vielleicht schon ganz gut erkannt. Jetzt haben wir 34 Millionen, viel fehlt hier nicht mehr. Wäre wirklich nur noch fetter Fahrer-Keyen, Anpassung vom Angriff gewesen, Schädelschmetterer vielleicht noch eine Anpassung, Venus-Anpassung, Grablord, Rostkart und dann hätte man das da rausgeholt. Ihr habt ja gesehen, dass der fette Fahrer-Keyen auch noch keine Bücher hatte. Das haben wir ihm natürlich dann noch gegönnt, weil das auch zu erhöhtem Schaden von ihm natürlich führt. Also das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man jetzt noch keine Bücher in ihn rein investiert hat, dann kann man das natürlich auch tun, um den Schaden noch ein bisschen nach oben zu treiben. Und mit diesem optimierten Schaden wird man dann schon etwas eher ans 2-Key-Team rangehen. Und hier kann man, glaube ich, mal ganz gut sehen, was diese Bücher jetzt für den fetten Fahrer-Keyen noch ausgemacht haben, weil es geht ja einmal um die Abklingzeit. Er macht quasi den Verbündetenangriff jetzt öfter und er macht natürlich einen erhöhten Schaden dadurch, hat eine höhere Buff-Debuff-Chance. Das heißt, wird natürlich öfter seine Debuffs auch setzen. Und jetzt sind wir bei 36 Millionen beim Clan-Boss angekommen. Also schon das, was wir auch durchaus erreichen wollten. 36, 37 Millionen, sicheres 2-Key-Team. Und dann ist etwas passiert, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Es wurde eine zweite Venus gezogen. Und ihr seht, ich bin natürlich in den Artefekt-Optimizer rein und habe mal geguckt, wie wir Venus ausrüsten können. Ich habe also geguckt, die meiste Attacke, wie viel Attacke können wir bei ihr rausholen? Kriege ich eine Crit-Quote von um die 100 Prozent? Wie hoch kann ich den Crit-Damage gegebenenfalls noch machen? Und dass ich mindestens auf die Werte komme, die natürlich die erste Venus schon hat, weil die ja auch schon ganz gut ausgerüstet war. Und ich muss natürlich immer das nehmen, was an Equipment auch da ist, ist ja klar. Und habe dann eben versucht, genau diese Speed-Werte, die wir jetzt brauchten, zu bekommen. Habe versucht, Crit-Quote gut hinzubekommen, Crit-Damage hinzubekommen und natürlich auch noch eine entsprechende Genauigkeit zu verteilen. Obwohl bei der zweiten Venus die Genauigkeit nicht ganz so kritisch ist, muss ich dazu sagen. Weil bei der ersten Venus die Genauigkeit ja schon ganz gut war. Ja, und so können wir natürlich uns eher auf die erste Venus verlassen und können bei der zweiten versuchen, vielleicht dann doch ein bisschen mehr auf Schaden zu gehen. Und dann habe ich natürlich, wie gesagt, Artefekt-Optimizer gemacht. Habe geguckt, welche Artefakte er mir vorschlägt, auf welche Werte wir kommen und habe das dann entsprechend ausgerüstet. Dann habe ich die Werte gelevelt und das ist dann das, worauf ich gekommen bin. 3.400 Angriff, 71 Prozent Crit-Quote. Ich habe dann einfach gesagt, okay, Crit-Quote. Wir haben ja den Crit-Quoten-Steigerer vom fetten Farrakhin noch mit drauf. Da ist es okay, wenn ich erstmal die 70 Prozent nehme, kann man später immer noch auf 100 Prozent nehmen und den Crit-Schaden auf 228. Das ist an sich mit dem Angriff ein recht guter Wert. Also die 228 zu der 3.471 Angriff ist schon relativ gut, was den optimalen Schadensausput anbelangt. Die Debuff-Genauigkeit war jetzt noch nicht so hoch, aber da konnte man noch ein bisschen an Klüfen verteilen, sodass wir auf die 230 definitiv noch gekommen wären. Das ist ja so die Mindestanforderung für unseren Ultra-Albtraum-Clan-Boss. Also von daher passte das schon ganz gut. Und dann war es natürlich wieder an einem ersten Test für unser Doppel-Venus-Team hier. Das heißt also, fettes Doppel-Venus-Tower-Team. Und hier hatten wir dann das Problem mit dem Stun wieder. Wie gesagt, ich habe am Schädelschmetterer noch nichts angepasst gehabt, weil es war ein Problem mit Schädelschmetterer. Und ihr werdet vielleicht gleich sehen, woran es liegt, wenn der Stun kommt. So, noch reicht es momentan. Ihr seht, wie weit die Heilung jetzt gerade gegangen ist. Sie ist meistens über den ersten Strich hinausgegangen. So bis knapp an die Hälfte von dem zweiten Strich gegangen. Und genau das ist natürlich eine gute Heilung für ihn gewesen. Aber man muss natürlich auch dann zusagen, das ist natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig gewesen, wie gut er jetzt kritisch trifft. Trifft er überhaupt kritisch? Oder ist da jetzt vielleicht irgendwas anderes noch mit dabei, dass er nicht kritisch trifft? Beziehungsweise ist die Heilmenge zu wenig im Endeffekt? Weil es liegt ja auch an der Heilmenge durch den Treffer nachher, mit der er sich geheilt hat. Also, man merkte dann schon, es liegt irgendwo an den LP von Schädelschmetterer. Es liegt an der Heilung. So, jetzt kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Jetzt schafft er es nicht, mit seiner Heilung gerade über den ersten Strich hinaus zu heilen. Und jetzt kommt der Stun. Bäm! Auf Venus drauf. Und da merkt man natürlich, wenn man mehrere Läufe macht, wo ist der LP-Balken jedes Mal von ihm bei dem Stun. Also, ich habe halt gemerkt, dass immer, wenn der LP-Balken bei der Heilung nicht richtig passt, das heißt also, wenn der zum Beispiel nur knapp über dem ersten Strich war oder drunter unter dem ersten Strich, dann kam der Stun nicht richtig. Sobald aber die Heilung bei so einem LP-Balken und einem halben oder ein ganz klein wenig drunter war, war alles gut, dann lief der Stun richtig. Das hieß also, es liegt an der Heilung. Und da mussten wir natürlich ein bisschen was dran machen. Und die Frage ist natürlich, was kann ich denn überhaupt machen, damit Schädelschmetterer sich besser heilt? Das hat jetzt natürlich unser Problem mit dem Schädelschmetterer noch nicht gelöst, aber es war schon mal beruhigt zu wissen, dass wir jetzt definitiv einen 2-Key-Team haben, an dem wir eigentlich nicht mehr so viel rumdoktern müssen, sondern dass jetzt wirklich relativ sicher 2-Key läuft, wenn wir den Schädelschmetterer auch noch reparieren. Und deswegen habe ich mich jetzt mal dran gemacht, dann noch den Schädelschmetterer natürlich zu reparieren. Und da ja klar war, dass es an der Heilung liegt, war die Frage, wie kriege ich eben mehr Heilung zustande? Und ich glaube, das Einfachste, was man machen kann, ist jetzt zum Beispiel einen Lifesteal-Set oder einen Ewig-Set mit zu integrieren. Natürlich hätte man jetzt auch noch gucken können, ob man noch ein Set hat, wie zum Beispiel einen Set für Bonus-Heilung, Regeneration. Aber das Problem ist meistens, das sind irgendwelche Vierer-Sets. Und wie ihr hier sehen könnt, so viele Artefakte haben wir jetzt nicht unbedingt zur Auswahl gehabt von diesen anderen Set-Teilen, was jetzt Heilung oder Regeneration anbelangt. Deswegen habe ich einfach mal geguckt, dass wir beim Ewig-Set was finden, womit wir irgendwas austauschen können, was uns nicht zu viel Geschwindigkeit kostet. Weil man muss ja schon sagen, wir haben jetzt hier insgesamt 6 Speed-Set-Teile. Das heißt, wir haben dreimal den Speed-Bonus. Wenn wir da einen wegnehmen, müssen wir natürlich gucken, dass wir den irgendwie kompensieren können. Und das geht dann nur über die Substats von den anderen Geschichten hier. Das heißt, die Substats von dem Ewig-Set mussten auf jeden Fall Geschwindigkeit mit beinhalten. So, hier habe ich jetzt die zwei Teile integriert. Das heißt, ich habe einmal Schild und einmal Brustschutz gesucht und bin auch auf die Geschwindigkeit von 247 gekommen. Habe das dann nochmal im Speed-Calculator natürlich eingetragen, damit jetzt nicht wirklich sich irgendwo einen Fehler eingeschlichen hat. Weil sobald ja in den Speeds beim Unklippel-Team irgendwo ein Fehler drin ist, dann passt es gegebenenfalls nicht mehr. Habe geguckt, dass wir natürlich entsprechend schauen, dass Schädelschmetterer ein bisschen mehr Lebenspunkte hat als Defensive, was natürlich bei seinem Schaden ein bisschen abträglich ist im Endeffekt. Aber je mehr Lebenspunkte er hat und je weniger Defensive er hat, desto besser ist natürlich auch die Bonus-Heilung für uns. Also, die basiert ja immer auf den Lebenspunkten und je mehr Lebenspunkte wir haben, desto mehr Heilung, desto bessere Heilmenge haben wir am Endeffekt. Habe ich dann gedacht, okay, gib ihm mal ein bisschen mehr Lebenspunkte und guck mal, was passiert. Hier seht ihr übrigens nochmal die Werte auch von den einzelnen Champions. Das heißt also, die Venus, die Schädelschmetterer, habe ich jetzt, den Schädelschmetterer, die Venus, habe ich jetzt hier nochmal, alle beide, für euch, dass ihr dann nochmal die Werte euch anschauen könnt. Hier ist nochmal Roskart, der Turm. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wie die Gesamtwerte jetzt für ihn sind. Also, wir haben jetzt Doppel-Venus, Roskart, Fetter-Farakin. Da ist der Fette-Farakin. Können wir uns auch nochmal anschauen. Auch nochmal seine Werte jetzt. Da seht ihr auch, habe ich den Angriff jetzt mittlerweile ein bisschen erhöht gehabt. Bei ihm sind wir über die 3000 Angriff gekommen. Ein bisschen mehr Crit-Schaden, ein bisschen Crit-Quote zum Gegensatz. Und eine schönere Genauigkeit von 276. Also bei ihm wirklich super Genauigkeitswerte hier. Und dann ging es halt wieder darum, passt jetzt endlich unsere Heilung. Allerdings sieht man das natürlich in den ersten Runden noch nicht so ganz, ob die Heilung passt. Weil in den ersten Runden hat ja nun mal Schädelschmetterer so oder so mehr Lebenspunkte als die anderen. Also von daher ist das jetzt hier noch nicht so gut zu bemessen. Sondern es stellt sich dann meistens erst so in den späteren Runden ab entweder Runde 10, 20 raus oder tatsächlich kann es auch mal passieren, dass es noch später ist ab Runde 30, dass das dann dann plötzlich nicht passt, wenn die Heilung nicht passt. So, hier sind wir auf jeden Fall nach Runde 20. Und jetzt sieht man schon mal, der Lebensbalken ist ein bisschen gefüllt. Wir kriegen die Zusatzheilung mit dazu. Er muss auch mit dem fetten Farakin zusammen natürlich auch manchmal einen verbündeten Angriff machen. Ist natürlich perfekt. So, dann greift er an und wir sind relativ sicher sogar jetzt bei drei Pünktchen im Lebensbalken, also bei dem dritten Strich angelangt. Auch selbst, wenn er jetzt seinen Unsterblich-Buff noch macht, kriegt er ja noch Zusatzheilung durch das Ewig-Set. Das heißt also, dass selbst da heilt er sich so ein bisschen passiv noch mit. Und man sieht, mit seinen Schlägen macht er manchmal nicht so viel Heilung. Also, man sollte sich jetzt nicht drauf verlassen, dass er immer so gut trifft und sich heilt. Aber mit dem Ewig-Set zusammen, man sieht's, wir sind jetzt in Runde 31 und die Heilung passt ziemlich sicher. Man muss natürlich auch mehrere Test-Runs machen, um zu gucken, ob das jetzt so bleibt. Aber wir sind jetzt immer relativ sicher so beim dritten Lebensbalken gewesen. Manchmal sogar noch ein bisschen höher gegangen, wie man so schön sieht, obwohl er halt durch den Stun recht weit runtergeschlagen wird jedes Mal. Aber wenn man sieht, okay, es geht definitiv immer ziemlich sicher über den zweiten Balken bis zum dritten Balken, dann ist man auf jeden Fall ziemlich safe jetzt hier mit Schädelschmetterer. Und es hat sich rausgestellt, dass es jetzt immer super gepasst hat beim leeren Element definitiv. Ja, auch hier sieht man's halt wieder. Vollgeheilt, trotz Runde 36. Auch auf den späteren Runden lief das sehr sicher. Wir haben also den Stun repariert. Wir haben ein 2-Key-Team aufgebaut. Wir haben eine Venus neu equipt. Glück gehabt, dass wir natürlich die zweite Venus bekommen haben. Aber wir hätten natürlich das Team auch anderweitig noch auf den 2-Key-Status bekommen. Man hat ja gesehen, wir waren ziemlich nah dran beziehungsweise wir hatten es dann mit Büchern für den fetten Pharahkin geschafft, dass wir ziemlich sicher auf dem 2-Key-Team waren. Und mit der Venus, die jetzt hier zusätzlich noch dabei ist, haben wir natürlich noch einen etwas höheren Schaden erreicht, was natürlich dazu führt, dass wir jetzt nicht mehr so viele Anpassungen im Team vornehmen müssen. Also auch mal ganz entspannt, wenn man weiß, dass man relativ sicher hier die 40 bis 45 Millionen schaffen kann. Ja, und am Ende passte tatsächlich auch jeder Testlauf. Das heißt also, der Stun ging immer sehr sicher. Man hat's gesehen, er heilt sich halt wirklich richtig gut jetzt mit dem E-W-Set hoch durch die Zusatzheilung davon. Da braucht man sich jetzt keine Sorgen, um ihn zu machen, was den Stun anbelangt. Von daher, sehr sicheres Team, was wir jetzt haben. Und der Schaden passt auch. Sehr angenehmer Schaden von 44. Das ist nicht zu knapp, das ist nicht zu viel. Und man könnte sicherlich auch noch ein 50 Millionen Damage Team rausbauen. Und ich weiß nicht, wie weit man das Ganze hier noch treiben kann. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Team, mit dem man ziemlich sicher 44 bis 45 Millionen an Schaden jedes Mal beim Ultra-Albtraum auf leeren Element gemacht hat. Also von daher, wirklich ziemlich nice. So, für alle, die sich jetzt ein ähnliches Team mit Schädelschmetterer oder so aufbauen wollen, könnt ihr euch hier nochmal die Werte angucken, gerne auch Screenshots oder so davon machen. Und ich zeige euch auch die Fertigkeiten von den einzelnen Leuten nochmal, wie wir die jetzt verteilt haben. hier bin bei Schädelschmetterer wirklich auf alles gegangen, wo ich irgendwo Bonus-Heilung bekomme. Man hätte natürlich auch im Unterstützungs-Skill-Baum noch so ein bisschen über die Bonus-Heilung gehen können. Also wenn das jetzt nicht gepasst hätte mit dem Ewig-Set, dann wäre ich wahrscheinlich im Unterstützungs-Skill-Baum nochmal über die Bonus-Heilung gegangen. Hier ist unser Lieblingsfreund, fetter Farrakhin. Aber gehen wir erstmal über die Venus drüber. Das sind jetzt beide Venus mit den Fertigkeiten. und die sind relativ ähnlich, sage ich mal, was die Werte an sich anbelangt. Also die haben relativ ähnlichen Angriff, relativ ähnlichen Crit-Damage. Das Einzige, was so ein bisschen vielleicht abweicht, natürlich die Geschwindigkeiten und die Genauigkeiten, logischerweise. Dann haben wir noch Roskart, auch hier natürlich Roskart der Tor mit seinen Fertigkeiten, Schädelschmetterer mit seinen Fertigkeiten, fetter Farrakhin mit seinen Fertigkeiten. Ja, man muss nur Glück haben, dann kann man sich ein fettes Doppel-Venus-Tower-Team aufbauen, so wie wir das hier gemacht haben, mit einem ziemlich guten Damage, muss man dazu sagen, und repariert haben wir es auch noch. Also was will man mehr, wenn ihr auch ein Clan-Boss-Team habt, was nicht funktioniert? Die 24-Stunden-Account-Übernahme ist natürlich dafür da, dass man sich sowas mal länger angucken kann, auch über mehrere Tage oder Stunden im Endeffekt. Und wenn ihr das wollt, wenn ihr Interesse habt, 24-Stunden-Account-Übernahme mal zu machen, über euer Clan-Boss-Team drüber gucken zu lassen oder über andere Sachen, dann geht das natürlich über die Kanal-Mitgliedschaften. Pretty Legend-Kanal-Mitgliedschaft ist dann eure Wahl dafür, um die 24-Stunden-Account-Übernahme machen zu können, da es halt recht aufwendig ist und viel Zeit verlangt, ist es eben nur über die Kanal-Mitgliedschaften möglich. Ich hoffe, dass das jeder nachvollziehen kann, dass ich da nicht mich den ganzen Tag immer für jeden Einzelnen, der mich anfragt, hinsetzen kann, auch wenn ich das gerne tun würde, aber es ist leider zeitlich einfach nicht machbar. Von daher vielen Dank an alle, die mich unterstützen. Kanal-Mitgliedschaft, auch wenn es die Supporter-Kanal-Mitgliedschaft ist oder auch die Buddy-Kanal-Mitgliedschaft oder wenn ihr einfach nur die Videos schaut oder abonniert habt, das hilft natürlich trotzdem. Und Kommentare und Däumchen sind immer ein Träumchen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, meine lieben Freunde. Also bis dahin, Tschüssikowski! Bis zum nächsten Mal! Outro